guten tag der jaykloxen hier krypt of the necrodancer eine weitere runde losfailen abfailen dennoch schon in zone 2 von daher nicht ganz erfolglos erst mal im rhythmus gewöhnt doch was dickes kommt da oh god defy hat ne party hier das ist ein nightmare oh god gott sei da aber ich geh doch erstmal in den shop den höre ich doch bis hier käse guter käse kriegen wir das ja schön das hätte ich wollen gebrauchen können geschickt was auch immer das war furcht da habe ich schon wo ist denn hier wo ist denn hier das ding da wo man runter kann diese treppe hat hier schon einer gesehen auch der schon wieder der geht in die hocke wenn er springt oh gott aus hier na endlich ne waffe nein oh kann ich mir nicht leisten der shopkeeper hat spaß das sieht übrigens alles nicht so leicht aus wie es ist ne andersrum das ist nicht so leicht alles wie es aussieht ich kann nur jeden empfehlen spielt selber spiel zwar selber also für alle die hier irgendwie meckern wollen das ist gar nicht so einfach achso ja halt stopp das machen wir noch achso das ist wieder der gesundheitswiederherstellungszauber was ist denn das schaden mehr gegner plus ein schaden mehr gegner nein ach gott weh ne oh was ist denn das unendlich rucksackplätze das hört sich so super unvorteilhaft an das war es denn neue runde neue runde ach schon wieder direkt der shop das gibt es nicht man hat null kohlen aber der shop ist vor der tür ach der kunde nein auch kunden lief doch gar nicht nur sich im abgang konzentration ach man das gibt es nicht man muss ich hier so viel merken das geht gar nicht vor allem so also nicht nur merken man hat halt keine zeit nicht wirklich zum überlegen man hat halt nicht wirklich viel zeit zu überlegen in der richtung ist das problem eigentlich da sind mit der nur noch der shop was hat er gehabt ich sehe nichts ist egal was der shop gehabt 4 gibt es denn für 4 obsidian schaufel multiplikator basiertes graben kunde wieser wertiger zauber warum ist das hier so dunkel boah der schon wieder ok ja der kommt immer ein bisschen überraschend dass er plötzlich aggressiv wird lacht er über mich so ein vogel aber recht hat er das gibt es nicht immer wieder das gleiche ab und zu ab und zu merke ich es mir aber das ist eine ganz schlechte idee da oben nein 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 toll ich habe es verdient ich habe es so verdient oh je 0 diamanten dann kann es ja direkt weiter gehen oh gott jetzt kommen sie das ist unfair das ist so unfair wenn du einmal raus bist also wenn ich einmal raus bin oh gott oh gott das waren einfach zu viele konzentration ich hatte heute meinen kaffee noch nicht also den zweiten liter da steckt anders gesehen das ist furchtbar ich muss mich echt beherrschen hier was erhalte items verliere langsam gesundheit nee das mache ich jetzt schon das respir Wars das ist Das ist ja auch frech. Tja. Tja ja. Da fehlen mir die Worte. Hast du davon? Hast du davon? Hast du davon? Hast du davon? Ich dachte, ich treffe die nicht, aber beim zweiten Mal. Hmm. Angriff ist die beste? Nee. Verteidigung ist die beste Verteidigung. Aber Angriff wirkt irgendwie offensiver. Na, das ist doch gleich schon viel besser. Das war nicht gut. okay also wenn es die waffe achten den hatte ich letztes mal schon der nächste einkauf ist umsonst wenn du schon eine waffe hast die vorne links und vorne rechts angreifen geh ruhig ja geh ruhig diagonal auf den gegner ja auch immer auf die fresse hau ab du ja unkoordiniert aber effektiv ich hab ein halbes herz oh gott ich hab ein halbes herz ich hatte mal ein halbes herz oh gott was mache ich wo will ich hin ich bin nur kohlen rum nein ich will den sperr behalten sperr ist natürlich genial hier ab hier wäre natürlich auch nicht schlecht aber ich nehme lieber den käse explodierender bild kriegt dich immer wieder ihn würde das nicht überraschen leute die damit rechnen also nicht ja jetzt guck mal nix no no nix Ach, verzih dich. Keep rollin, 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 rollin. Einfach durch, einfach durch. Jetzt zerbrech dich, nein, nehmt nie ne Glaswaffe, nehmt nie ne Glaswaffe, bei der Kleinstberührung ist die im Eimer und dann steht er da, mit auf nem A. Das lief erstaunlich gut, das heißt, demnächst mache ich einen groben Fehler. Sage ich ja. Sage ich ja, lieb zu gut. Okay, vom Magier der Knauf am Ende leuchtet, wenn er was vorhat. Hey, wie geht denn das? Äh, wir treffen uns in der Mitte auf dem Feld und sie macht Schaden und ich nicht. Warum? Wo ist denn da die Gerechtigkeit? Ach, immer das gleiche, man, Gründe. Hm, ja. Hm. Ich glaub ne Runde schafft man, aber nur eine. So ein Kunde, man die Kunde, die sind alles Kunde. Ich bin so schlecht, stolper hier so durch die Gegend. Erkennt man, also kann man explodierende Pilze im Voraus von normalen unterscheiden? Ich hab noch keinen Unterschied gesehen. Automatisch Gold einsammeln. Mann, ich hätt gern das Schwert gehabt. Schwierig so eh ne. Die wollen wir alle. Die können wir alle mal. Ich freu mich, ich freu mich auf die dritte Zone. Sollte ich sie irgendwann mal erreichen. Sollte ich sie mal irgendwann erreichen. Okay, ja, es hat wieder Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr noch Lust dazu habt. Also ich hab definitiv noch Lust. Es macht einfach Spaß, auch wenn man hier die ganze Zeit am Versagen ist. Aber, ja, es hat Charme. Was soll man anders sagen? Gut. War's von mir für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns erneut, hoffentlich. Und, also mal vom Gameplay abgesehen. Aber ihr könnt mir natürlich jederzeit so für meine Aufnahmen oder sowas hier Vorschläge machen. Wie zum Beispiel. Nur schön, meine ich so. Oder ähnliches. Ich versuch's zu verbessern. Ja, schreibt's mir bitte in die Kommentare, wenn ihr das wollt. Na dann, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.